Moin Moin, hier ist Non-Bytes von den Non-Bytes Studios. Bevor wir mit dem eigentlichen Video loslegen, gibt es noch ein paar wichtige Informationen allgemein zu unserem YouTube-Kanal und zu unserem Content. Wir bieten mit Erscheinen dieses Videos hier eine neue Stufe unseres Contents an, und zwar Non-Bytes Studios Plus. Das Ganze ist eine Kanal-Mitgliedschaft, das heißt, du kannst Mitglied werden. Wenn du Mitglied wirst, bekommst du Vorteile. Zum einen kostenfreie Videos, das heißt, es gibt keine Affiliate-Werbung. Als zweites, sobald das neue On-One-Fotoror da ist, wird es dazu exklusiven Content geben, den nur die Plus-Mitglieder des YouTube-Kanals zu sehen bekommen. Es wird weiterhin kostenfreie Videos auch zu On-One geben. Das ist natürlich klar. Des Weiteren wollen wir uns allgemein mehr auf das Thema Kreativität begrenzen und das eigentliche Erklären neuer Funktionen ein bisschen zur Seite schieben. Wir möchten uns also mehr auf Kreativität konzentrieren. Das kurz dazu. Jetzt geht es zum neuen Werkzeug. Also, das neue Werkzeug in Luminar Neo, in der aktuellen Beta-Version, die wir hier am 20. Oktober bekommen haben, liegt im Katalogbereich. Das Ganze soll, wenn es denn final am 26. Oktober auf den Markt kommt, in den bearbeiten Bereich wechseln. Wir gucken mal, ob das wirklich so kommt. Wir klicken einmal auf Gen Erase und warten kurz, bis Luminar Neo die Oberfläche geladen hat, was jetzt passiert ist. Wir haben jetzt eine neue Benutzer-Oberfläche, ein neues Arbeitsinterface fürs Löschen-Werkzeug. Und zwar ist das hier unten angebracht. Wir haben hier einmal den Hinweis, dass es sich um das neue Löschen-Werkzeug handelt. Wir haben die Möglichkeit, uns vorher und nachher anzuschauen. Wir können rein und raus zoomen ins Bild. Wir können den Pinsel auswählen oder abwählen lassen. Das heißt, wir nehmen die Maske, die wir erstellt haben, raus oder wir malen eine Maske rein. Wir haben die Maske reingemalt, abwählen, wir nehmen die Maske weg. Wir haben die Möglichkeit, die Pinselgröße einzustellen. Ich mache mal kurz einen Strich. Ihr seht, Pinselgröße ist, denke ich, verständlich. So, das Zurücksetzen mit STRG Z funktioniert aktuell in der Beta noch nicht. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit, die Selektion einfach zurückzusetzen. Und wir haben hier den Button, um die Magie wirken zu lassen, nämlich den Randieren-Button. Wir werden jetzt kleine Bereiche, die uns stören, auswählen. Ihr seht, das geht einfach. Einfach die Bereiche, die weg sollen, markieren. Wichtiger Punkt, wenn ihr mit der Maus aus dem Bild rausgeht, seht ihr schon, dann verschwinden auch die markierten Bereiche. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Kann sein, dass das nun der Beta so ist. Das wird sich dann zeigen. Ich markiere mal weiter die Bereiche und erzähle noch ein bisschen, was unsere aktuellen Erfahrungen sind. Heute am 20. Oktober, wo wir die Beta bekommen haben, unsere Erfahrungen mit der Beta und dem neuen Werkzeug sind im Moment eingeschränkt. Eingeschränkt, könnte man sagen, denn bisher ist es so gewesen, dass wir die Beta heute Morgen bekommen haben, wie wir das Ganze heute Mittag testen wollten. Und Luminia Neo, wenn wir das Werkzeug genutzt haben, so wie wir es jetzt nutzen, wenn wir jetzt auf Randieren klicken, ist es im Normalfall so gelaufen, dass wir den gleichen Bildschirm bekommen haben wie jetzt, dass die AI anfängt zu arbeiten und bei uns ist es so gewesen, dass die AI irgendwann eingefroren ist und dass Luminia Neo einfach abgestürzt ist. Und das war dann unsere bisherige Erfahrung mit dem neuen generativen Werkzeug. Es scheint, wir haben jetzt ungefähr 20.10 Uhr, es scheint, dass es jetzt funktioniert. Warum es jetzt heute Abend funktioniert und heute Mittag nicht funktioniert hat, wissen wir nicht. Skylim weiß es auch nicht. Ich würde mal sagen, da das Ganze über AI und die Cloud-Server von Skylim funktioniert, wo auch immer die liegen, dass es heute Mittag Server-Probleme gab oder so. Also wenn es bei euch zum Release nicht funktioniert und einfach abstürzt, könnt ihr euch sicher sein, die Server bei Skylim haben ein richtig fettes Problem. Denn wir hatten heute, wie gesagt, dieses Problem. So, wie wir sehen, ist das Ergebnis fertig und ja, die Sachen sind weg. Es sieht gut aus. Wir haben aber schon Ergebnisse gehabt vorhin, wo wir sagen mussten, dass es nicht wirklich gut getroffen worden ist. Bei großen Elementen hat auch diese Entfernungs-AI die typischen Probleme. Das ist ganz klar, wie Photoshop auch. Wenn wir jetzt hier einmal gucken wollen, wenn wir mal sagen, wir speichern das jetzt und lassen ihn jetzt mal kurz das Ganze in einen separaten Ordner schmeißen. Es wird im Übrigen ein extra Ordner erstellt, der witzigerweise generative Creations heißt. Ist ziemlich witzig, unsere Kunstwerke heißen auch Creations. Lol. Funny. Wow. Wenn wir uns jetzt hier ein Ergebnis anschauen, wir zoomen mal rein, dann sehen wir, okay, wir können genau nachvollziehen, da ist was degradiert worden. Wenn wir uns das jetzt im Normalfall in der Größe angucken und wir das vorher nicht wissen, dann fällt es höchstwahrscheinlich nicht auf. Wenn man vorher weiß, wo man denn was weggestempelt hat, fällt einem das natürlich etwas besser ins Auge. Erstmal muss ich sagen, grundsätzlich ist das eine gute Arbeit. Gut. Ich würde sagen, wir versuchen das Ganze nochmal. Ich zoome hier mal rein. Nach den Pinseln ein bisschen größer. Und wir machen einfach mal ein bisschen weiter. Alles markieren, was hier irgendwie störend ist. Es gibt ja hier sehr viel zum Wegmarkieren. Kleine Steine, sonstige kleine Häufchen. Und ja, ihr seht's ja. Also grundsätzlich, wenn es denn funktioniert, dann funktioniert es ganz gut. Ja? Ganz gut. Also ich würde aktuell sagen, es ist vergleichbar mit den anderen Werkzeugen. Beispielsweise Adobe ist hier eine gute Referenz. Da klappt es nämlich auch einigermaßen gut. Bei großen Objekten haben diese Werkzeuge einfach ein Problem. Auch weiterhin, keins der Werkzeuge bekommt große Elemente wirklich gut wegradiert. Die haben alle Probleme damit. Und da ist Skylim auch keine Ausnahme mit ihrem neuen generativen Löschenwerkzeug. Da sind auch die Probleme, die überall sind. So, wir lassen ihn mal durchrechnen. Ich werde das hier nicht cutten, wegschneiden oder sonst irgendwas. Wir schauen uns das Ganze hier so gesehen live jetzt an. Wir warten die Zeit auch mal ab. Es kann bis zu zwei Minuten dauern ungefähr, bis wir ein Ergebnis bekommen. Es kann das eine oder andere mal ein bisschen schneller gehen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass er gleich einfach einfriert und das Luminaneo einfach abstürzt. Was jetzt glücklicherweise nicht aufgetreten ist. Wir sehen jetzt hier. Okay, jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich positiv überrascht, wenn man sich das so anschaut. Das sieht ganz gut aus. Wenn man hier rauszoomt und man schaut sich jetzt das Ergebnis an und man achtet nur auf die Schatten unterhalb der Ente, dann muss ich sagen, ist das ein gutes Ergebnis. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz was an. Ich mache den Pinsel ein bisschen größer und werde jetzt hier mal diesen großen Bereich versuchen, mit wegzuradieren. Ja, so, wir gucken. Die Ente ist ein bisschen mitgenommen in der Auswahl, aber das ist kein Problem. Wir machen den Pinsel einfach ein bisschen kleiner. Wir können jetzt hier auch einfach einmal einigermaßen drüber gehen und können die Bereiche, die noch nicht passen, hier einfach etwas genauer zuschneiden, würde ich dazu sagen. So, zack. Das ist in dem Fall okay. Wenn wir im Übrigen Bereiche wegradierend haben und wir hier die roten Markierungen haben, können wir die roten Markierungen auch einfach rauszeichnen. Die Bereiche, die wir gerade wegradiert haben, bleiben wegradiert. Das heißt, wenn wir jetzt vorher, wie gerade gesehen, hier Bereiche hatten im Schatten und hier die Markierungen stören, können wir die einfach wegradieren, die Markierung. Das neue Objekt hier ausgewählt lassen. Jetzt auf Radieren klicken. Und das wird jetzt nur, dass der Bereich wegradiert, den wir gerade rot oben rechts ausgewählt haben. Die Bereiche, die wir bereits wegradiert haben, bleiben auch komplett ungetastet. So, hier ist nochmal der Non-Bytes aus dem Schnitt. Wir sind mit dem Video fertig. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Wir hoffen, wir haben euch gut informiert. Wenn ihr so sein solltet, könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Und wer Bock hat auf kreativen Extra-Content oder einfach auf noch mehr Content von uns, der kann gerne Kanalmitglied werden. Wir sehen und hören uns im nächsten Video.